Hallo und herzlich willkommen zum Video. Das hier ist mein neues Intro. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich war in Österreich und deshalb konnte ich keine Videos machen. Ich bin... Entschuldigung. Und als jetzt es heißt so vor, so Busse zu filmen, Buslinien Berlins. Hier steht der 283 nach Estranburg-Magenfeld. Ich habe hier ein paar Beispiele reingeblendet. Und ja. So. Hier ist meine Zahnfuhr-App der Prisorie. Könnt ihr gerne downloaden. Darf ich mich? Sehr hilfreich. Und mich regt es natürlich auf, jetzt ist die Corona-Pandemie, also keine Maske mehr. Und jetzt ist es so ein kleiner Busmangel. Ja. In meinem letzten Video war übrigens auch noch ein Fehler. Und zwar gilt auch keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr. Das war's aber auch mit dem heutigen Video. Da sag ich nur noch Tschüss und einen schönen Tag euch noch.